Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück auf The JoCraft. Ich und Birdie sind gerade dabei, ja, Esel nennt sich immer zuerst, ne, Birdie und ich, aber Birdie ist ein Tier, also in diesem Fall. Ich und Birdie sind gerade dabei, hier diese Welt zu erkunden, diese geniale, diese großartige, diese tolle, diese super geniale, wirklich, ich kann einfach nicht, ich kann nicht an mich halten, es ist eine wirklich so geil und cool und großartig gemachte Welt von, ähm, von, 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 ich habe nicht den Namen vergessen, wie könnte ich den Namen vergessen? Ich, ich vergesse doch nicht den Namen, dass diese Welt von MeinMax-13 ist. Ich und Namen, ne, also, ganz, ganz, ganz gefährlich. So, MeinMax auf jeden Fall hat diese richtig fette Welt gebaut und ich muss ja schon sagen, mir hat die Welt bis jetzt sowas von Spaß gemacht. Die Welt ist so geil gemacht, ähm, für alle, die es nicht wissen, wir reden hier über diese Redstone-World, keine Command-Blöcke, gar nichts, alle Techniken inspiriert durch meine Videos und meine Erbautenschaften, über neun Tage Spielzeit, man merkt es richtig, hier wurde auch mit Liebe zum Detail alles Mögliche gemacht, selbst geklügelt und wir haben bei Weipen noch nicht alles gesehen. So, wir arbeiten uns weiter voran. Ja, mir macht es Spaß. Mir macht das richtig Spaß. Endlich eine Welt, die man ganz in Ruhe erkunden gehen kann und eine Welt, in der ich einfach glücklich bin. Günther! Nein! Schlumpfine! Nein! Nein, die, 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 die haben mir einen Tiernamen gegeben. MeinMax, dort ist MeinMax. Da gibt es sogar noch eine Bahn durch die Welt. Ist das krankig? Dieser Erbauer, dieser Erbauer, der hat sie doch nicht mal alle. Boah, ist das genial, ey. Ist das genial. So, also, auch das finde ich eine lustige Idee hier, die ganzen Namen. Schlumpfine, Fressschlumpf, Günther Hansi, Gertrude, Moment, Gertrude muss eine Kuh heißen, die Kühe heißen Gertrude und nicht Schweine. Schweine, Gertrude, was haben wir noch? Den Fressschlumpf haben wir noch. Der, der Fressschlumpf verhält sich irgendwie sehr seltsam. Okay, ja, ich, äh, schön, dass die alle hier so lustig spawnen. Das, äh, nimmt kein gutes Ende. Der Fressschlumpf bewegt sich ganz schön schnell, muss ich sagen. Das nimmt kein gutes Ende. Das nimmt kein gutes Ende, ja, ja, es nimmt kein gutes Ende, weil, weil hier ein Minecart ist. Dieses Minecart ist das Minecart des Todes. Denn dieses Minecart macht nun folgendes. Es macht das Wasser an. Und da gehen sie nun hin. Die Gertrude, Hansi, die Fressschlumpfie, die, 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 die Schlumpfine. Alle Tiere, alle lieben Tiere. Ah, ja, 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 diese Farmen, diese Farmen sind auch echt immer grausamst, grausamstes Fleisch. Aber gut, irgendwie muss da Fleisch entstehen. Ja, gut, sie sind, sie sind immer grausam, diese Fleischfarmen. Aber, äh, notwendig. Und das ganze Timing ist, boah, das Timing ist gut. Boah, Hansi konnte sich retten. Hansi konnte sich retten. Der schlaue Hansi. Stark, gut gemacht, Hansi. Wo ist mein Vogel? Ich wollte gerade sagen, nicht, dass du da nachher noch reinkommst. Komm, komm, hier, Birdie. Nein, nein. Komm zu Papa, komm zu Papa. Ja, komm, komm, komm. Hier, hier bist du sicher, Birdie. Gut, also, hier hätten wir auf jeden Fall die obligatorische Fleischfarmen, die natürlich auch notwendig ist, um das Lager aufzustocken. Coole Idee, mit den Namen da zu arbeiten. Finde ich echt nice gemacht. So, dann härten wir den großen oberen Teil durch, wenn ich das so recht sehe. Jetzt muss ich nochmal gucken, was wir hier Schönes haben. Hier haben wir nochmal den Aufstieg zum Burgbereich. Ja, gut, das ist ganz nett gemacht hier. Was haben wir noch hier? Achso, hier ist noch ein bisschen Beleuchtung. Gut, das ist dann hier die Burgmauer. Auf der Burgmauer gibt es auch nichts Großartiges. So, das heißt, wir müssen noch erkunden, alles was unter der Map ist. Das Haupthaus und die Hotelverwaltung. Ist das hier ein Regensammelbecken? Ist das ein Regensammelbecken? Gucken Sie mal an, was hat der Typ nicht gedacht? Meine Güte. So, Rezeption. Rezeption, da will ich nämlich hin, weil ich dort die Möglichkeit habe, mir ein Haus zu kaufen. Das sieht kompliziert aus. Mal gucken, wie kompliziert das ist. Bis hierhin hatte ich mich noch in den Einsendungen vorgearbeitet. Und als ich das hier schon gesehen habe, dachte ich, oh, jetzt ist es kompliziert. Interessantes Raumdesign. Sehr interessant. Also, das gemacht mit dem Schwarz, dem Weiß aufgebaut hier. Aber gut, kann man machen. Was haben wir hier? Lost and Found. Hier kommen alle verloren Items hin. Okay, auch interessant. Wahrscheinlich ist das hier der Overflow vom Lager. Eieiei, die Technik sieht ja geil aus. Mal gucken, was wir da erkunden werden. Wenn Lampe an, ist der Automat nicht in Betrieb. Bankautomat tausche 4 Eisen in einen Emerald und einen Emerald in 4 Eisen. Cool. Das wollen wir gleich mal hin und her probieren, indem wir uns einfach mal ein paar Emeralds nehmen und mal gucken, ob wir 1, 2, 8 Eisen bekommen. Ah, okay. Es ist Mono-Use. Das heißt, wir hätten es so machen müssen. 1. Kurz warten. 2. Und dann haben wir 8 Eisen. Was passiert, wenn ich ein Eisen reinwerfe? 2, 3, 4. Das funktioniert. Das ging schnell. Okay, also der funktioniert, aber man darf ihn nicht, also man muss ihn hintereinander verwenden. Nein, er funktioniert doch nicht. Also man muss einen Moment warten, bevor man das nächste Eisen eingrifft. Okay. Brot craften und Geld verdienen. Auch eine schöne Idee. Wie hat er das hier gelöst? Also ich zum Starten den Knopf drücken. Dadurch wird sich wahrscheinlich die Tür schließen. Ich erhalte hier eine ganze Menge Sachen. Anleitung. Brot backen. Zum Starten den Knopf drücken. Du bekommst Weizen, welches du in Brot verwandeln sollst. Rezept an der Mauer. Anschließend gibst du das Brot in den Trichter. Zum Schluss bekommst du als Bezahlung ein Eisen. Oh, das ist aber, das ist aber wenig für. Oh, und es wird auch nicht, der Betrag stimmt nicht. Das wurde nicht korrekt ausgegeben. Das heißt, ich habe ein Weizen über. Okay, das muss mal gucken, dass es ausgegeben wird. Brot erkannt, Eisen wird ausgespuckt. Oder bekomm ich pro Brot ein Eisen? Ne, ich bekomm nur ein Weizen. Oder? Bekomm ich mehr. Ne, offensichtlich nur eins. Okay. Ja, also gut. Dann muss man halt ein bisschen mehr craften. Was haben wir hier noch die Möglichkeit? Hier haben wir die Möglichkeit. Geld verdienen. Einfach, dass er einfach in das Mine kann einsteigen. Die Fahrt startet automatisch. Inklusive Gratistransport zu Häusern, Restaurants etc. Achtung, wenn nichts passiert, ist schon jemand in der Anlage. Einfach kurz warten. Jetzt ist das aber nicht. Achso, das. Das ist. Geld verdienen? Wie Geld verdienen? Okay, ich fahre einfach mal eine Runde. Wir fahre eine Runde. Ich weiß zwar nicht, wie wir dadurch Geld verdienen, aber das scheint mir eher spaßig zu sein. Ja, das ist spaßig. Moment. Der Zug startet bald. Bitte einsteigen. Mach dich schon mal bereit zum Einsteigen. Bis bald. Du kannst ruhig aussteigen und dich umsehen. Hallo. Der Aufenthalt dauert ca. 1 Minute und 30 Sekunden. Wenn der Zug zum Weiterfahren... Moment. Wenn du den Zug zum Weiterfahren öffnest, du... Achtung, wenn du das machst, bekommst du kein Eisen. Ähm... Ähm... Okay. Achso. Ah, okay. Okay, verstehe. Also ich kann hier... Bei ihm ist es wohl, dass man Schilder von arbeitet. Hier kann ich mich kurz aufhalten und mich ein bisschen hier umsehen. Verstehe. Verstehe. Okay, verstanden. Es ist cool gemacht, dass er hier den Redstone ausspuckt, der Minemax. Der wird wahrscheinlich hoffentlich aufgesammelt. Ja, wird er. Sehr schön. Und, äh... Der Aufenthalt 1 Minute und 30 Sekunden. Na gut, das ist jetzt gut geschätzt. Ähm... Wir sehen hier an den Lampen. Der Zug startet bald. Bitte einsteigen. Gut, das hätte man das Interface am Anfang sein können. Dass man in Ruhe hier sich nochmal umsehen kann. Ich dachte, das ist so ein Spaß-Ride. Okay, gut. Egal. Ich setze mich wieder in den Zug rein. Birdie, hättest du das Vergnügen vielleicht auch wieder zu kommen? Ja? Nein, hätte er nicht. Boah. Was ist das denn? Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass du... Du kannst Redstone. Das ist schön. Ich möchte gerne weiterfahren. Wie ich damit ein Eisen verdiene. Ach, ich weiß, wie ich ein Eisen verdiene. Ah. Ah, genial. Ich hab's verstanden. Mal gucken, ob ihr es auch verstanden habt. Ist das genial. Oh, ist das genial. Ist das genial. 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 Jetzt krieg ich nämlich ein Eisen. Die Frage ist, was hab ich getan? Was hab ich getan, um mit diesem Eisen zu verdienen? Na, habt ihr's rausgefunden? Ich wette nicht. Oder? Habt ihr's doch rausgefunden. Naja, wahrscheinlich habt ihr's rausgefunden. So, hier wurde jetzt überprüft, dass ich das alles richtig mache. Und ich bekomme ein Eisen. Er hat aber gar nicht erklärt, warum ich ein Eisen bekomme. Das find ich ein bisschen schade. Das hätte man ein bisschen genauer erklären müssen, warum ich ein Eisen bekommen hab. So, ach, hier werd ich ausgespuckt. Haha. Also war das doch keine Bank. Haha. Ähm. Das Eisen bekommen hab ich dafür, dass ich die Tiere gespawnt hab. Weil hier Monster Spawner sind. Die Monster Spawner, die hier sind, ähm, sind nicht so programmiert. Man kann die ja programmieren. Ich hab ja ein Tutorial gemacht. In dem Tutorial hab ich euch erklärt, wie ihr diese Monster Spawner programmieren könnt. Ihr könnt die so programmieren, dass die in einem Radius von 500 Blöcken, das heißt, egal wo ich mich aufhalte, dass immer Tiere spawnen. Diese Monster Spawner, wie ihr seht, sind ausgeschaltet. Sprich, spawnen keine Tiere. Die Tiere werden nur dann gespawnt, wenn ich mich in der Nähe hier aufenthalte. Das heißt, ich muss als Spieler dort in der Nähe sein. Und das ist die Möglichkeit, wie ich hier Geld verdiene. Und zwar, ich steige in das Minecraft ein. Und, ähm, verdiene das Geld. Das find ich schade, dass er das nicht erklärt hat. Oder hat er's erklärt? Nicht erklärt. Warum? Ja, okay. Das mit dem Gratis-Transport ist, weil er zu faul war, die Bahnen zu Ende zu spawnen. Auf jeden Fall, ähm, das Geld bekomme ich, indem ich, äh, dort warte. Indem ich warte, damit die ganzen Tiere spawnen können. Weil ihr seht, jetzt werden keine Tiere gespawnt. Die Tiere können hier nicht spawnen. Erst wenn ich hier hingehe. Jetzt erst aktivieren sie die Spawner. Und ihr seht, jetzt sind die Spawner wieder aus. Drehen sich nicht die Tiere in den Spawnern. Drehen sich nicht. Jetzt sind sie wieder an. Und man fährt ja genau hier drunter. Man muss sich hier drunter ein bisschen aufenthalten. So, was passiert, wenn ich hier durch die Tür gehe? Du bekommst kein Eisen, wenn du das machst. Sei das nächste Mal etwas achtsamer. Okay. Ja, kriegst du einen drauf. Und hier ist der Ausgang. Wunderschön. Cool. Gute Idee. Also, das ist echt sehr, sehr, sehr ideenreich. Aber jetzt möchte ich mir mal endlich mit meinem hart verdienten Geld durch warten, 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 mir etwas kaufen, mir was gönnen. Und zwar ein Haus. Und ich kaufe mir jetzt gleich alle Häuser. Boah, nee, geht gar nicht. Obwohl, ich... Schritt 1. Dann lesen wir eine Anleitung lang. Lange Anleitung Hotel kaufen. Um ein Haus zu kaufen, einfach gegenüber zwei Emerald einwerfen, dann das Hotel auswählen. Der Schlüssel wird direkt geliefert. Schlüssel zurückgeben. Den Schlüssel in den Spalt einwerfen. Und du bekommst direkt ein Emerald Fund. Okay. Ich dachte, man muss die Keykarte eintauschen. Nein. Zwei Emeralds einwerfen. Okay. Klick und auswählen. Oh, hier wird alle Häuser. Okay. Ein schönes, modernes Haus mit Melonenbar. Wir haben ein schönes Haus mit Melonenbar. Dann kaufen wir das nächste. Schön. Schöne Detailarbeit. Autojump deaktiviert, indem man hier Barriereblöcke draufgepackt hat. Das Motto war Außen alt, Innen neu mit Melonenbar. Schöner Reim. Eins. Ich kann wahrscheinlich jetzt nichts kaufen. Nö. Zwei. Wir kaufen. Ah ja, hier unten sehen wir, ob das klappt. Ein kleines, modernes Haus, welches alles kann mit Melonenbar. Sehr schön. Und nochmal. Eins, zwei. Jo, die Lampen gehen an. Ein schönes Pavillon mit eingerichtetem Keller. Gut, dann wollen wir uns diese Häuser gleich mal angucken gehen. Wir fangen an mit Haus 1, welches meiner Erinnerung nach hier hinten war. Juhu. Da wären wir. So, dann gibt es gleich Post. Und zwar von der Behörde. Ich habe nämlich eine Abmahnung bekommen. So. Der Schlüssel kann in der Rezeption erworben werden. Den habe ich mir erworben. Jo, und ich komme rein ins Haus. Wo ist mein Schlüssel? Da ist mein Schlüssel. Und da ist auch gleich meine Post. Die kommt auch gleich hier raus. Wunder, cool. Moment mal. Moment, 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 Moment. Warte, 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 warte. Nein. Nein. Ich wollte gerade applaudieren. Ich wollte gerade applaudieren. Ich wollte gerade applaudieren. Schade. Schade. Idee. Idee. Idee für, 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 wie man das noch besser machen kann. Ah, es hätte, es hätte sogar eine Idee. Meine Idee wäre jetzt folgende gewesen. Die Sachen, die man in den Briefkasten wirft, die werden hier unten in den Spender reingepackt und bleiben im Spender drin. Sie werden nicht, sie werden nicht dort reingeworfen. Hier seht ihr, es kommt raus. Sie bleiben im Spender drin. Und sobald ich das Haus betrete mit meiner Keycard, werden alle Sachen, die im Dings drin sind, hier ausgespuckt. Das heißt, man erhält sozusagen seine Post, wenn man das Haus betritt. Der Briefkasten lehrt sich automatisch. Das wäre die Idee. Was Problem ist, stell dir vor, ich bringe hier ein Item vorbei in den Briefkasten per Post, irgendein wichtiges Item, zum Beispiel die Abmahnung von den Stadtwerken, und bin jetzt mal eben für fünf Minuten weg. Und dann komme ich nach sechs Minuten wieder und was passiert? Mein Schreiben ist weg. Ich habe nichts von dem Schreiben bekommen und, naja. So. Schauen wir mal, was wir noch Schönes haben. Wir haben hier den Melonenkühlschrank, der sich von alleine auffüllt. Und, ja, tut er, tut er, tut er, tut er, tut er mit einem Minecart, welches hier drunter ist. Wunderbar, wie ich es mir gewünscht hatte. Dann haben wir hier ein kleines Badezimmer mit Dusche und allem Pipapo und eine, ja, dieses Treppendesign, das macht er wohl gern, aber dann muss man hier auch springen. Okay. Wir sind oben angekommen, finden hier ein Schlafzimmer, finden hier einen Balkon, der einen hier hinführt. Schönes. Schön gemacht auf jeden Fall. Und wir haben auch nochmal hier einen Balkon. Wunderbar. Das wäre Haus 1. Kommen wir zu Haus Nummero 2. Eins geht nicht rein. Ich will nur überprüfen, dass die Schlüsselkarten richtig funktionieren. Ja, tun sie. Hier hat er das mit der Post so gemacht, dass die Post nicht verschwindet. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Also es geht ja schon. Moment, wo ist mein Post? Oh, oh, da funktioniert Technik nicht. Aufpassen. Aufpass, Minion, da musst du hier nochmal was überarbeiten. Der Briefkasten funktioniert nicht. So. Wir haben auch hier ein kleines Badezimmer, ohne Dusche jedoch, wenn ich das richtig sehe. Wir haben, das ist ein relativ einfaches Haus gehalten. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt. Ich muss mal überlegen, welches Haus würde ich nehmen? Ja, ich würde das auch mein Haus nehmen. Hehehe. Nein, welches Haus würde ich nehmen, wenn ich Gast wäre? Ich mache mal kurz hier die kleine Wohnbesichtigung. Aha, okay, gut, nächstes Haus. Dann haben wir dieses Haus hier. Das war dieses Außen alt, Innen neu wahrscheinlich, ne? So, Haus 3. Haus 3, der Schlüssel kann ja erworben werden. Okay, zack, da finden wir. Schlüssel, Tür schließen. Also es ist sofort Tür schließen. Wahrscheinlich sofort Tür schließen. Melonenbar. Juhu. Kiste, Bettraum, Bettzeugs. Und ein Garten hat das Haus auch noch. Und ein weiteres Stockwerk. Hier haben wir auch eine normale Treppe drin. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass Haus 3 für mich mein... Ja, ja, Haus 3. Ich finde Haus 3 am geilsten. Ich würde Haus 3 nehmen. Außer Haus 4 haut mich noch mehr um. Wo war Haus 4? Haus 4 war hier. Direkt neben der Mensa. Okay, das hat natürlich auch einen Vorteil. Man kann so schnell was essen gehen. Gleich das Essen um eine Ecke, um eine Hausecke. Auch Postsystem. Nein, dieses Haus hat keinen Briefkasten. Auch gut. Hier könnte ich mich dann verstecken, wenn ich keine Abmahnung haben möchte. Dieses Haus hat einen ausgebauten Keller. Das war die Besonderheit hierbei. Und wir sehen, der ausgebaute Keller mit Dusche und schönem Schlafzimmer. Auch cool gemacht hier mit dem Licht nach unten lassen. Geile Idee. Ja. Alles in allem geil. Aber ich würde Haus 3 nehmen. Ich würde Haus 3 nehmen, weil ich es am schönsten finde. So. Die Schlüssel bringen wir natürlich zurück. Wir wollen unsere Emeralds wiedersehen. Wiedersehen macht glücklich. Wiedersehen macht Freude. Gib mal her mein Emerald. Her mit der Emerald. Wunderbar. Mal gucken, wie schnell das System ist. Eins. Zwei. Ja gut. Um ein hat es sich jetzt verschluckt. Okay. Das ist aber nicht schlimm. Das ist eine gute Rate. Hier sehen wir auch einen kleinen Plan. Wo was ist. Da sehen wir auch, wo die Häuser gelegen sind. Und wir sind gerade links unten. So. Das sind die beiden Eingänge. Eingang. Zwei. Drei. Okay. Fein. Gut. Dann bleibt nur noch eins über. Und das machen wir im letzten Part, der dann folgen wird. Und zwar das Haupthaus hinter mir. So. Buddy. Einmal hier. Komm. Auf meine Schulter. Und Endcard. Bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und Fortsetzung folgt. Tschüss. Tschüss. deerbyỗste Lexus HAS